Doppelt zum Sieg und zum allerersten Bundesliga-Treffer. Wie hat es sich angefühlt für Sie? Ja, mein erster Bundesliga-Tor ist das für Sieg. Das ist super. Wollen wir es uns gemeinsam angucken, die Szene, die dann zum 2 zu 0 geführt hat. Sie hätten auch noch die Chance gehabt, zu Ihrem Kollegen darüber zu legen, wann haben Sie denn entschieden, ihn lieber doch alleine zu machen. Schauen Sie mal, Sie sehen die Bilder. Jetzt haben Sie kurz geguckt, aber dann doch, war ich allein, haben Sie sich gedacht? Ja, ich gedacht, vor Andi, zwischen Torwart und Innenverteidiger, da ich eine direkt mache, aber es ist ein bisschen schwierig war, aber es ist auch kommt, dann, ich habe viel Zeit, dann, ja, nur passen zum Tor. Wie groß ist die Erleichterung nach diesem Sieg heute? Ja, es ist, unser, immer verloren ist schwierig. Dann muss man immer zusammen laufen, kämpfen, dann ist es wichtig. Trinken Sie heute auch mal ein Bier? Nein, ich mag nicht. Ich mag nicht. Alles klar. Vielen Dank, Marcel. Danke schön.